Welche Plattitüde letztlich diese ganze Lehre, wir haben nicht gesagt Lehre mit IH, sondern Lehre mit 2E darstellt, weil am Ende ja eine tautologische Erfahrung resultiert. Alles läuft auf die Produktergebnisse hinaus, die genauso beständig sein werden wie das Werk schaffen der Künstler, eitle Ephemeriden und klar ist der Zwischenzustand des eigentlichen realen jener kontinuierlichen Geschlachtungs- und Selbstauslöschungsvorgang der sich opfernden Körper in ihrem kontinuierlichen Fall. Aber selbstverständlich ist auch klar, dass diese wirkliche Realität so unerträglich ist, dass die Körper sich hinwiederum schützen und diese Innenerfahrung, diese Innengefühle, mir ist noch eingefallen, ein wichtiges, vergessenes oder unbewusst gemachtes, zentrales Gefühl, nebst der Schwere, der Gehobenheit, der Stimme. Das ist die Nacktheit, das ist die Propriozeption der Haut an sich, an bestimmten, sie kühlenden oder sie wärmenden, rauen oder feinsinnigen Oberflächen oder an der Luft. Also, das Leben wäre ja schön blöd, wenn es sich nicht schützen würde und eben diese kontinuierliche Reorganisationsfähigkeit und das sich erhalten wollen mit den entsprechenden Lustbelohnungs- und Unlustvermeidungsmechanismen, wenn es dies nicht, dieses dissipative Erfolgsmodell des unbedingt überleben wollen und des unbedingt ein wenig angenehm auch leben und erleben wollen, wenn sie dieses nicht projizieren würde auf die äußere Wirklichkeit des kontinuierlichen Fallens, um dieses zu übertünchen, so dass sie die Negationen des Un-, des Unerforschlichen, des Unendlichen, des Unheimlichen und so weiter mit den ursprünglichen Akzidenzien des Mütterlichen Körpers überkritzelt und das Heimelige, das Erreichbare, das Endliche, das Endlich, Erreichbare, daraus zu machen, die unbegreifliche, genialische, ausgedehnte Konstruktion zu projizieren, projizieren darüber, über den Peroriszierenden.